Ich müsste mich eigentlich mal langsam beim Stalker entschuldigen, weil ich ihn immer so als Lusche und Schwächling darstelle. Aber ich muss einfach sagen, wenn man eine brauchbare Waffe dabei hat, ist der wirklich eine Lusche. Hier habt ihr ein kleines Video. Und jetzt müsste er hier jetzt irgendwo auftauchen. Da ist er schon. Und da war er schon.